Was geht ab, mein Name ist Oneway, wir werden jetzt für KT das Producer Album, den wunderschönen Song featuring Cassandra Stin, eine Frage der Zeit aufnehmen. Wir sind jetzt gerade von Würzburg einen weiten Weg gefahren, nach Stuttgart, das ist Sven ins Sondermusikstudio und ich freue mich auf jeden Fall, dass ich auf diesem Album drauf sein darf. So, wir werden jetzt einfach mal schauen, was passieren wird und kommt einfach mal mit. Wir werden sehen, what's up. Wie geht's dir? Ja, gut. So, wie ihr seht, sind wir jetzt im Studio angekommen. Und wir werden jetzt diesen Song für KT das Producer Album, natürlich der Beat ist auch von KT produziert worden, Oneway featuring Cassandra Stin, eine Frage der Zeit aufnehmen und mal schauen, was daraus wird. So, wie geht's dir? Bis zum nächsten Mal. So, wir sind jetzt soweit und wir werden jetzt noch in die Aufnahmekabine gehen und die Aufnahme starten, das müssen die Schüler dazu machen. Sie haben sich das Leben selbst genommen und heute fragen sie sich, warum habe ich nichts mehr auf die Reihe bekommen? Ja, mal wieder und wieder von Neuanfang. Gib jetzt nicht auf, du bist fast soweit. Dein Ziel ist nah. Es ist nur eine Frage, es ist nah. Jeder fällt, jeder kämpft. Ihr seid nicht allein. Alles wird wieder gut. Eure Träume werden wahr. Eure Träume werden wahr. Immer wieder und wieder von Neuanfang. Gib jetzt nicht auf, du bist fast soweit. Dein Ziel ist nah. Es ist nur eine Frage der Zeit.